Steidl-Bücher stehen für höchste Qualität in der Buchherstellung. Gerhard Steidl baut hier gerade eine Ausstellung im Circulo der Arte in Barcelona auf, die die Arbeitsweisen im Steidl-Verlag und in der hauseigenen Druckerei beleuchten. Wenn mich etwas interessiert und ich kann etwas lernen, das ist Neuland, dann entscheide ich mich dafür. Weil die Bücher mache ich in der Regel immer nur für den Künstler und für mich. Und dann, ob sich das später verkauft und ob jemand daran interessiert ist, das ist eine ganz andere Sache, das ist sekundär. Das Interesse an Steidl-Büchern ist so groß, dass sie häufig schon Sammlerstücke sind, sobald sie auf den Markt kommen. Nicht nur die Künstler werden von Steidl sorgfältig ausgewählt, sondern auch die verwendeten Materialien und die handwerklichen Prozesse sind im Steidl-Verlag exquisit. Im Workshop spricht Steidl über die Details beim Büchermachen. Sie sehen hier auch verschiedene Pappen dicken, Pappensterben. Ich neige dazu, immer relativ dünne Pappen zu verwenden für ein Buch, weil ich es liebe, wenn die Decke, der Einwand etwas flexibel ist. Steidl hat seinen Verlag 1968 gegründet und macht jährlich ca. 200 Publikationen, hauptsächlich im Bereich Fotobuch. Ich habe letztlich ein Buch gedruckt von Robert Frank mit seinen frühen Fotos, die er 1946 in Spanien, in Valencia gemacht hat. Und da gibt es ein Foto, da sieht man eine Sonne im Hintergrund. Und ich habe das Foto gedruckt und habe ihn gefragt, ist die Sonne am Morgen oder ist das die Sonne am Abend? Und dann hat er mir gesagt, es ist eine Morgensonne. Und dann habe ich das Foto relativ leicht interpretiert, habe ihm Andrucke gezeigt. Und als ich da war bei ihm, dann guckt er das Foto an und sagt, also wenn ich mich richtig erinnere, es war doch abends gewesen. Es ist eine Abendsonne. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe eine Abendsonne gedruckt. Und Sie können in dem Buch, das liegt drüben auf dem Tisch, können Sie sich dann ansehen, wie es tatsächlich aussieht. Und so muss man sagen, das ist spannend, wenn man halt mit dem Fotografen, mit dem Künstler zusammen im Buch die Idee entwickelt. Wie lange an einem Buch gearbeitet wird, ist unterschiedlich. Es kann ein paar Wochen bis hin zu Jahren dauern. Bis jedes Detail stimmt und Steidl und der Künstler zufrieden sind. Beim Vortrag im Goethe-Institut Barcelona führte Steidl auch noch in einen häufig unerwähnten Aspekt des Buchdrucks ein. Meine Lieblingsbeschäftigung ist, einen schönen Geruch zu entwickeln. Das ist fast eine Arbeit wie bei einem Parfümeur. Denn wenn man das entsprechende Wissen hat, welche Drucköle und welche Druckfarben und welche Pigmente auf welchem Papier wir reagieren, kann man tatsächlich Düfte erzeugen. Manche Bücher stinken, das haben Sie wahrscheinlich auch schon bemerkt. Und manche Bücher riechen angenehm. Wenn Bücher stinken, dann hat der Drucker keine Ahnung. Und wenn sie angenehm riechen, dann versteht er was von seinem Fach.